Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute mit einem mega Gewinnspiel. Ich glaube, es ist das größte Gewinnspiel, das wir bei Monaco Deluxe je hatten. Es ist das perfekte Wochenende, was wir verlosen. Zwei Restaurantbesuche, ein Hotelaufenthalt für zwei Nächte, ein Theaterbesuch und als Goodiebag gibt es noch ein Trachtenhemd und ein Dirndl mit nach Hause als kleines Andenken für dieses Mega-Wochenende. Aber was genau, das erzählen euch unsere Partner jetzt gleich im Anschluss und danach sage ich euch, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Die Gewinner dürfen sich im A-Loft auf zwei tolle Übernachtungen in einem Urban-Zimmer freuen mit Frühstück und dann noch natürlich zwei Cocktails in der WXYC-Bar, der Hotspot in der Münchner Innenstadt direkt am Hauptbahnhof. Es freut mich, dass ich Sie in nächster Zeit bei uns im Little London begrüßen darf. Im neuen Chesterfield Private Tining Bereich verwöhnen wir Sie mit Spezialitäten vom Montago Grill, ausgesuchte, erlesene Weine, viel Service. Ja, Servus und herzlich willkommen im Deutschen Theater. Ich habe die besondere Ehre, Ihnen heute unseren Teil des Fantastischen Preises auf Monaco Deluxe präsentieren zu dürfen und das sind diese beiden Tickets von Tanz der Vampire. Tanz der Vampire, wir freuen uns, dass wir als erstes bayerisches Theater dieses Kultmusical auf die Bühne bringen können und wir wünschen viel Vergnügen bei der Vorstellung am 22. Oktober. Hi, ich bin Michael Urban vom Restaurant La Boheme und Samstagabend nach dem Theater seid ihr hier bei uns und wir dürfen euch verwöhnen. Ich freue mich, wenn ihr zu uns kommt. Wir bieten große Fleischstücke, Fisch in der Salzkruste und ganz viel Verwöhnenprogramm mit tollen Weinen, tollen Cocktails und hoffen, dass wir euch einen richtig schönen Abend machen können. Servus da draußen, da ist Trachtenwahnsinn. Wir freuen uns schon, euch ein Original Münchner Dirndl made in Bavaria zu geben als Goodie Bag. Und wir runden natürlich dein Wochenende ab mit einem Hemd von von Bild, abnehmbare Kriegen, nicht zu vergessen. Viel Spaß beim Tragen. Sind das nicht Hammerpreise? Ist das nicht das perfekte Wochenende? Auf jeden Fall, oder? Und wie könnt ihr daran teilnehmen am Gewinnspiel? Ganz einfach. Ihr klickt einfach hier drauf und abonniert Monaco Deluxe und wenn du von einem Tablet oder vom iPhone oder von einem anderen Smartphone aus das Video anguckst, dann unten in der Beschreibung einfach auf Abonnieren klicken und in den Kommentaren hinterlassen, dass du am Gewinnspiel teilnehmen willst. Dann sehen wir, dass du uns abonniert hast und dass du auch teilnehmen möchtest und nimmst automatisch an der Verlosung teil. Die Gewinner werden per Losverfahren aus einem Topf mit einem Facebook Live auf Monaco Deluxe gezogen. Also, möchtest du auch das Wissen, wer gewinnt, schon bevor du angeschrieben wirst, dann schau auch bei Facebook Monaco Deluxe vorbei. Ganz easy. Wir drücken euch die Daumen. Viel, viel, viel Glück bei dem Mega-Gewinnspiel auf Monaco Deluxe und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge.